Dieser Preis ist etwas ganz besonderes. Es ist nicht nur eine Trophäe, sie drückt das Vertrauen ihrer Kunden aus. Wir haben hier den Puls der Zeit getroffen. Es ist spannend. Es ist eine Branche, die irrsinnig wichtig ist. Was würde ich mir von Ihnen wünschen, dass Sie, wenn es Steuervereinfachungen gibt, nicht aufsteigen, sondern die gut finden. Heute Abend darf ich auszeichnen für sein Lebenswerk einen ganz besonderen Kollegen, Steuerberater seit 1975, Walter Knirsch. Höhepunkte, das kann man im Berufsleben schwer sagen, weil es sind natürlich schon einige große Projekte, die gut ausgehend gegangen sind. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die beste Steuerberater des Jahres 2020. 2018